Bei der AF-Type, er ist ein Digga oder Maibersteig, weißt er ist eins, mach die Kohle einfach, ficke gleich, dann hält du kleine Hosenscheiß ab, mach bitte nicht auf extra, war ganz besser im Land, kid, wenn mein nächstes Kind's kann man... Yo, was geht ab meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar geht's um Wehrmacht Para 2 von Dardan und Eno. Die zwei werden den Song heute um 0 Uhr raushauen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob mein Video noch davor kommt oder nicht, ähm, das Video werden sie so gestalten wie im ersten Teil, richtig, richtig geil, feiere ich übertrieben, dass es an der gleichen Lokation, Location ist, ähm, wie gesagt, wie gesagt, nachdem sie, äh, mehrere Gold-Singles mittlerweile haben, wie zum Beispiel FaceTime oder Mercedes, keine Ahnung, nach Singles wie Blackberry Sky oder Coco Mama, schon heftig, hat ihnen auf jeden Fall Wehrmacht Para 1, ähm, die Tür zur Karriere auf jeden Fall geöffnet, ähm, das war so der richtige Push rein, wie gesagt, heute um 0 Uhr könnt ihr auf jeden Fall Wehrmacht Para 2 streamen, das ist der einzigste Song, der Ich glaube, äh, diesen Freitag nicht geleakt wurde, ähm, okay, Shindy wurde auch nicht geleakt, ähm, Shindy wird auch noch einen Track heute raushauen, Kapi, Samura, Fero, Seru, alle Leaks wurden geleakt, äh, alle Songs wurden geleakt, ähm, wie gesagt, seid auf jeden Fall gespannt, ich glaube, das wird ein richtig heftiges Brett, diesen Freitag kommen viele, viele sehr, sehr, sehr gute Lieder raus, ähm, schreibt dann einfach mal in die Kommentare, wie ihr den Song fandet, denn mein Video wird höchstwahrscheinlich nach 0 Uhr rauskommen und dann wird's der ein oder andere halt danach sehen, schreibt einfach mal in die Kommentare, was euer Favorite Song von diesem Freitag ist, ähm, sind sehr, sehr geile Songs, ähm, eure Meinung würde mich auch interessieren zu Dardan und Eno zum zweiten Teil von Wehrmacht Para, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video, Peace!